Guten Morgen und Herzlich Willkommen am Kriegernsee. Mein Name ist Jasna und ich bin Logotherapeutin und Gesundheitscoach. Ich freue mich mit dir, heute aktiv in den Park zu sein. Wir machen heute eine energetisierende Übung, die sehr einfach ist, sehr kraftvoll, die du eigentlich überall machen kannst. So, dass deine Füße geerdet sind, dass du das ganze Potential deiner Füße mit dir vorstellst. Du springst leicht ab, dann streckst du deine Arme und bricht etwas Energie in die Handinnenflächen hinein. Und dann machst du dich ganz weit und lang, löst erstmal den Brustkopf von der Hüfte, gibst dir Raum. Und mit der Ausatmung die Hände fest und kraftvoll zusammen, wie der Schultergürtel sich öffnet. Und ganz langsam, nochmal leicht in die Knie. Stell dir vor, du arbeitest aus dem Boden raus, hast dich richtig lang. Ausatmen, riecht die Nase wieder zur Mitte. Wenn du möchtest, etwas tiefer. Wer möchte, kann auf die Zehenspitze wegdrücken. Das ist ganz lang. Atme tief ein und vollständig unter dem Atme aus. Das ist halt fertig. Schraub die Fersen ganz aktiv nach außen, dass die Oberschenkel sich einrollen. Press die Hände fest zusammen. Ist der ganze Körper aktiv, schraub das zu einem freien und langen Atem zu lassen. Lass den Nacken locker. Entspann die Gesichtsmuskulatur. Entspann die Zehen. Wenn du magst, mit geschlossenen Augen, kommt auf die Fußballen. Fußballen ist öffnete Lungenwände. Mit jedem Einatmen, wie der Bauchnabel sich abhebt von der Hüftung. Mit jedem Ausatmen, ganz langsam und kontrolliert. Die Bauchnabel zieht nach innen. Fersen. Ein. Ganz lang. Verkling die Finger ineinander. Kraft vor. Dann schieb dich zur linken Seite, zur rechten Seite. Um die Nieren und die Gallen-Miridiane zu öffnen. Und öffne dich nochmal nach oben, nach der Seite. Brustkorb weit. Achte bitte darauf, dass ihr Unterrücken locker bleibt, dass ihr mit einem schönen Brustkreis. Also die Hände auf den Brustkorb legen. Aktiviere die Hände. Bleib hier im Atem. Zieh mich ein. Bis zum Bauchnabel. Auf den Nacken langen. Da das hinten keine falsche Brustkreis. Und öffne die Seite. Hier ist den Blick bis zum Himmel. Und dann ganz langsam auf die Trunkenarm. Du steckst. Schön aufmachen. Die Seite. Lass dich nach vorne sinken. Wenn du magst, du kreuz die Beine. Die Vordelsbeuge. Nettel entspannt die Seite. Es öffnet auch hier im Sakrum, im Ischias. Dann Power mehr. Und dann lass die Power nach oben kommen. Und so elegant das mögen, wieder zurück. Leichtes Lächeln aufsetzen. Richte den Blick nach innen und spül nach. Dann öffne die auf. Namaste. Ich wünsche euch einen aktiven Schlag in den Kopf. Bis zum nächsten Mal.